Entschuldigung Gott kraft wird doch wenn man so hungrig ist kann man den wachsen die ganze Nacht gehen muss ich heute habe ich eine schlimme Nacht gehabt keine Würmerl kann nicht so einfach gell, die alle unter Kontrolle tragen das war der letzte da ist der Hintern schon so gell das war die schnellste Geburt Kupfasser und Terrasen war er und der Mann ist sie noch die hat sie eigentlich gehabt die anderen sind schon brummert ja, sie sieht den Hintern schon ganz anders aber der wird schon noch auffallen wenn er mal selber fristen wird können wir sehen mh 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 affen mh 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 pretende mh h mh mh ich hab gerückt ein feines fleischiges ich hab die von Gewicht gefallen ich hab das feinig abschlägt ich hab das feinig die da mit einem Haxern geht also so die Haxern schon mal den roten Bauch oder so das ist ein rotling und sie schlägten dabei alle sind noch zu hab ich gesehen